Nachwuchstrainer dringend gesucht. Beim KSV ist man immer wieder auf der Suche nach Trainerinnen und Trainern für den Nachwuchsbereich. Im Fußball betreut man rund 280 Kinder in 19 Mannschaften. Derzeit beschäftigt man 22 Trainer für Kinder ab vier Jahren bis zur U17. Optimal wären pro Mannschaft zwei Trainer. Mitzubringen ist vor allem die Leidenschaft zum Sport. Grundsätzlich würde ich empfehlen, ein gewisses Wissen, ein fußballerisches Wissen, eine Grundschule für Trainer, die sollte schon gemacht sein. Und Geduld einfach, Geduld und mit Kindern, die Liebe zu arbeiten mit Kindern, ist eines der wichtigsten Dinge, finde ich. Aufzubringen sind in etwa zehn Wochenstunden drei Trainings und ein Turnier am Wochenende. Die Trainerausbildung wird vom KSV bezahlt und es gibt eine Aufwandsentschädigung. Aber der Job gibt einem auch viel zurück. Für mich persönlich das Schönste ist eigentlich, wenn du siehst, wenn das wird, die Kinder, die geben das so viel zurück. Du investierst an Zeit, an Nerven, na ja, na nicht. Und wenn dann auf einmal, baut sich das Ganze auf und es wird. Du glaubst, du traust dem Kind das nicht zu. Und auf einmal macht er Tricks, macht er das Erlernte, sieht das. Beim KSV Leichtathletik betreut man im Nachwuchs rund 70 Athletinnen und Athleten. Auch hier werden Trainer gesucht. Das betrifft das Volksschulalter, beginnend mit acht Jahren aufwärts, bis zehn, elf Jahre und auch für die U12. Also diese zwei Gruppen wären die Betroffenen, wo wir derzeit Nachwuchstrainer und Trainerinnen suchen würden. Trainiert wird hier, je nach Altersgruppe, zwei bis dreimal die Woche rund eineinhalb Stunden. Und Wettkämpfe gibt es an den Wochenenden. Nicht nur in sportlicher Hinsicht ist der Job als Nachwuchstrainer erfüllend. Das Schönste ist zu sehen, wie sich die Kinder persönlich weiterentwickeln, ja. Also nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Selbst- und die Sozialkompetenz ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder an und mit der Sportart wachsen. Wer jetzt Nachwuchstrainer werden möchte, Infos gibt es unter der Nummer 038 62 27 7 10. Nachwuch.